Ich bin da, trinke ich mal das Bier, Griesen, Herzen, alles ist drin. Beide die Mose hier. Und das ist in der Tür. Hals und Zeltag, die zwei, die sind von Koblenz. Das ist meine Bedienung. Der ist von Rosenheim, hat er gesagt. Prost! 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 Gern von Murat habe ich gerade geredet. Murat am Schaffensee. Da habe ich drei Monate gekämpft. Die Tarte, die, 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 die. Schau, was ich mir gedacht habe. Da ist die Küche, da ist der Ochs drin. Da habe ich eh gefunden. Prost! Prost! Die zwei haben von Koblenz, gell? Hey! Gehört ein Deutschrum haben. Das ist der von Murat. Das ist recht ein Geschmetziger wie ich. Guck mal aus! Ja! Wie ist das? Wie? Wie ist der Lüge? Ich bin jetzt schon zu mir. Ach so, dass ich das Augenrapäe darin bin! Das ist die Brot sie. Ich habe geschrieben... Sie gehört zu mir! Ich bin eigentlich zu... Da ist der Ochsenbroterei, da ist der Ochsenbrot, rechts zwischen die zwei, ich hab eh gefuttert gemacht. Ja, seht ihr was, jetzt fahr ich dann. Oder geh jetzt Hofbraus, da bring ich noch was für. Da kann ich auch die Wilderbücher, also die Wilderbücher. So fleißige Leute. So freitig, ich bin dir noch nicht. Servus, die Flücher. Sieh ich, da wollte ich nur mehr, diese Woche. Bis dritten Oktober geht's. Servus. Da hab ich gerade auch geholfen. Das muss gut auskommen.